Nein! Das auch noch! Verdammte Seuche! Dreckiger... Nein! Uncool, uncool! Okay... Oh, 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 oh! Leider, nein, nein, nein! Das ist, das ist verdammt uncool! Verdammt! Jetzt bin ich ja noch gestorben! Ermittlungen gescheitert... Ist natürlich schlecht! Wo fangen wir denn wieder an? Oh Mann! Bin ich zum ersten Mal gestorben? Nein, zum zweiten... Zum zweiten Mal... Nein, zum ersten... Nein, ist auch egal! Ich fang wieder... ...hier an... Ach so! Ja, super! Kann ich also nochmal machen... ...mit der Spülung... ...höh... ...höh... ...hier... ...hier... ...k... ...hier... ...leg dich hin, leg dich flach... ...hier war... ...ich glaub hier war nur der Golfschläger, ne? Ja, na gut, das lohnt sich jetzt nicht wirklich. So, hier musste ich rein, hier war das mit der Toilette. Genau, ich erinnere mich. Ich erinnere mich, als war es vor fünf Minuten erst gewesen. So, das kennen wir ja. So, ab geht's. Ich sollte euch mal nachladen, mach ich ja auch nie, Idiot. Okay. So. So, diesmal lade ich aber nach. So, da war nichts, ne? Die Auszeichnung habe ich ja schon eingesammelt. So. Nee, der kommt jetzt nicht. Schade. Ich dachte, das wird funktionieren. Okay. Ach, leck mich doch. Verdammt, die leben ja beide noch. Drauf. Ich werde mich doch nicht. Okay. Stange. Ja, super. Den ganzen Kram brauche ich aber nicht. Und reinkommen tue ich auch nicht mehr, doch. Den ganzen Schund. Was soll ich damit? Will ich mit der Stange? Nehmen wir einfach mehr mit. Wir haben noch Platz in der Kiste. Egal. Zack. Wee. Spät. Hm. Da sieht mir ein riesiger verkommener Raum aus, wo viele Zombies warten. Hm. Ich bin mir ja nicht sicher, ob ich da lang will. Aber da kann ich auch nicht lang. Hehe. Wee. Ich finde, hier kommen tausende von diesen Zombies. Betriebe. Verdammt. Verdammt. Okay. Hier sind natürlich noch zwei Kisten. Die stellen ich mir sonst hier. Ja. Bäm. Bäm. Alter. So muss das laufen. Okay. Die lege ich so um. Okay. Tod. Sehr schön. Sehr nice. Ich habe mich zwar selbstverletzt, aber... Ich verstehe. Nichts. Nichts. Wee. Okay, das war gruselig. Und das ist noch gruselig. Ja. 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 Wer wollt ihr denn von mir? Ich habe keinen Hapa-Hapa. Geht weg. Geht weg. Geht weg. So, observieren. Hier ist nichts Interessantes. Hier ist nur Mist. Hier ist nur Scheiße. Im wahrsten Sinne das Wort. Das ist hier nur Scheiße. Toll, hätte ich gar nicht umbringen brauchen. Ich hatte jetzt schon lange kein Telefon mehr. Das wäre jetzt nice. Wenn ich jetzt ein Telefon hätte, so zum Speichern. Das wäre schon richtig cool. Das ist auch nice. Alter. Was ist das für ein Sägewerk, frage ich mich? Das ist ja nicht normal. Das ist nicht normal. Und überall diese dicken Holzarbeiter hier. Öffnen. Nichts drin. Noch einer. Ach ne, ne Frau. Oder ein Mann mit langen Haaren. Oder beides. Wer weiß das schon? Kaffee, schwarz. Kasten. Das kommt in den Kasten. Kasten. Öffnen. Kasten. Nein, doch nicht. Ich sollte mal wieder nachladen. Ja. Sehr schlau. Mist. Das hat ja auch vollgebracht. Das hat's vollgebracht. Verdammt, verdammt. Hau ab. Uhuhu. Hihi. Haha. Kaka. Maka. Nein, nach nach. Okay. Boah, mit dem letzten Schuss. So. Okay. Gucken, komm ich hin. Äh, ne, das will ich nicht unbedingt kaputt schießen jetzt, sonst spreng ich mich noch in die Luft. Und das will ich nicht. Ein Ausschalten. Hinter dem Fahrstuhl sind Geräte. Der Motor hat Strom, aber er läuft einfach nicht. Zum Glück habe ich ja ein Getriebe gefunden. Gut, ne? Ich weiß. Oha. Verwenden. Hauptschlüssel, natürlich. Hier ist einfach ein Sitz. Passt genau in die Aussprache. Musst du in der Fahrstuhl und gar nicht klicken. So sinnlos. Einfach so sinnlos. Ja, einfach reinstecken. Getriebe. Und das funktioniert natürlich direkt. Ah, ist doch dazu nichts. Oh. Na super. Ach nee, das auch. Spä. Greifst du denn da rein? Wer war in die Stromkabel packt? Oh, Muskel. Schädig des rotes Haar. Was? Wie ich einfach zwei übersehen habe. Kann doch mal nicht sein. Das geht auch nicht. Hm. Vielleicht kommt das noch. Ja. Ja. Das ist großartig. Können wir hier aber zwei übersehen haben. Das geht auch gar nicht. Ja. Nein! Ohohohoho. Um Gottes Willen. Wie sie mir einfach fast den Hals ausrengt, ey. Guckt sie euch an. Dum, 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 dum. Voll die dramatische Musik. Wow. Ja, ist okay. So. Alles klar. Nachgeladen und entsichert. Wir sind oben angekommen. Mensch, stille. Es scheint wieder noch mal kein Strom da, um den Fahrstuhl in Gang zu setzen. Mal auf dem Stromsäck. Ach. Ehrlich. Gut. Ja, es ist eine Telefonzelle. Und genau hier mache ich einen Schnitt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss, Sikowski. Tschüss.